Die Leistungen der Firma WG Recycling OG Gange Rudolf sind wahrlich bewegend. Das Unternehmen hat sich auf die Aufbereitung von Beton, Asphalt und Aushubmaterial spezialisiert. Dabei kommen neben großem Fachwissen enorm belastbare Hartgesteins und 7 Tonnen Bagger zum Einsatz. In einem Zwischenlager in Zirl werden die jeweils gewonnenen Recyclingmaterialien mit modernsten Anlagen zu neuen Endprodukten verarbeitet. Diese entsprechen den europäischen Richtlinien und unterliegen regelmäßigen Prüfungen durch die ARGE Bautech Tirol. Dadurch können die Werkstoffe problemlos für Straßenbau, Sportstätten sowie Tief- und Hochbau verwendet werden. Übrigens, durch die Zusammenarbeit mit der Alpine Bau verfügt das Unternehmen über ein Profiteam für Tief- und Hochbau, das sie berät, unterstützt und die Arbeiten planmäßig durchführt. Egal, welche Tätigkeiten Sie in Anspruch nehmen, die zertifizierte WG Recycling OG garantiert stets höchste Qualität und arbeitet immer streng nach Ö-Norm. Egal, welche Tätigkeiten Sie in Anspruch nehmen, die 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 Sie in Anspruch